Liebe Schülerinnen und Schüler, wie schon bei den Abschlussprüfungen im vergangenen Jahr, so gilt auch dieses Jahr wieder, wir hätten Ihnen andere äußere Bedingungen für diese Prüfung gewünscht. Denn zu dem Stress, den eine solche Prüfung ohnehin schon mit sich bringt, kommt in diesem Jahr, auch in diesem Jahr, mit Corona eine Herausforderung der besonderen Art hinzu. Aber was die Abiturientinnen und Abiturienten für euch geschafft haben, bekommt ihr mit Sicherheit genauso gut hin. Eure Schulen haben in den vergangenen Wochen alles dafür getan, dass ihr gut vorbereitet in die Prüfungen gehen könnt. Und auch am Prüfungstag selbst haben sie dafür gesorgt, dass ihr euch voll auf die Aufgaben konzentrieren könnt. Ich wünsche euch viel Erfolg bei den bevorstehenden Abschlussprüfungen, alles Gute und bleibt vor allem gesund.